Geht's denn hier wieder raus? Waaah Badadadadadadada Da ist das Scheiss hier und da schwimmt der Blasenfisch Na vielleicht kriegen wir ja trotzdem Hast du ja ein Messer schon gemacht? Nee, brauch ich das? Weiß ich nicht, ich hab mal eins gemacht Ich will nochmal hier runter Ich will diesen Fisch Hä, wo war denn das jetzt? Oh, halt doch still Halt doch still Jetzt hab ich ihn, uah Hä? Boah, ruckelbuckel jetzt Halleluja gerade Also nochmal hoch und dann nochmal runter So ein bisschen an den ruckeln müssen sie noch arbeiten, ne? Das geht eigentlich Ja? Ja Huch Doch So, jetzt find ich's wahrscheinlich wieder nicht Doch Oh, ich hab ne neue Fischsort eingesammelt Nein, sag ich doch Da war das, ne? Nein, hier Keine Ahnung Da Ach komm schon Jetzt bin ich einmal aufgetaucht und find's nicht mehr oder was? Ja, hat der Fisch gerade gerülpst? Haha, süß Also ich bin der Meinung, der hat gerülpst, der hat sich ganz ganz komisch angehört gerade Was? Der Fisch, der hat hundertprozentig gerülpst oder irgendwie sowas Ja Du hast so ein richtig ordinäres Geräusch gehört Ach, ich weiß auch nicht, was noch? Hä? Was ist das für ein Zeichen jetzt? Lass ich das noch mal salz bekommen Lass doch nochmal salz kommen Sind hier noch mit Auftauchen, auftaquen, auftauchen schnell, aber oh, 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 oh Oh, gerade noch so geschafft Ah, mit mir hat jemand gesprochen Mit dir hat jemand gesprochen? Ja, in meiner Base da? In the base? Die sind 300 Meter weiter weg. Oh, gucken wir mal. Krass. Nahrung. Guck dir, Nahrung gibt mein Salz vollkommen weg, das möchte ich natürlich nicht. Oh, ich muss schon wieder auftauchen. Guck mal. Ich koche da Blasenfisch. Blasenfisch bringt recht wenig, Gluckscher bringen mehr. Aha. Die Gluckscher bringen wesentlich mehr Nahrung. Okay. Ich finde das krass mit den Medikids, dass die sich immer wieder regenerieren. Ultrahochkapitätspressluft. Oh, ich muss aufbauen. Höhlenspefel. Wo gab's den, sagtest du? Ja, ich schwimm doch schon hoch. Keine Panik. Wo, sagtest du, gibt's Höhlenspefel? In der Höhle? Ja. Das heißt, muss ich hier eine Höhle suchen, oder was? Sonst ist hier nix. Mhm. Ist das jetzt gewesen? Hey! Ach, der greift mich gar nicht an. Was sind das so explodierende Fische? Das sind die. Und da musst du, da musst du dann quasi äh... Aus den Fischen muss ich da was achten? Das ist ja krass. Ja. Da musst du dein Leben aufs Spiel setzen, um an diesen Scheiß ranzukommen. Wo ist denn jetzt mein Messer hin? Kaputt gegangen? Keine ist kaputt. Ich hab keine Ahnung. Stimmt. Ist auch noch ne Höhle. Hört sich aber gefährlich. Komm ich hier nicht wieder aus? Hallo? Doch da. Hä? So. Hä? Wer reißt denn? Ach, Tauchgerät. Na. Hallo. So. Tauchleiner? Was ist das? Leuchtfackel. Titan. Titan hab ich doch bestimmt noch ähm... Titan. Zack. So. So, jetzt hab ich auch mal nen Reparatursatz. Ja? Dann kannst du den Schiff jetzt endlich reparieren. Das ist wundervoll. Wo muss ich das einsetzen? Äh, halt, wo ist das? Ist das? Ne. So. Reparatursatzwerkzeug benutzen. Ist es das? Ne, das... Da. Silber hab ich? Ich hab Silber! Das sieht ja lustig, das Zeug aus. Für was wollte ich jetzt Silber haben? Was war denn das jetzt gleich wieder? Ach da, Standardpressluftflasche, Glas und Titan. Nein. 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 Hours. Aha. Was hat mir das jetzt gebracht, was das Ding, äh... Hab ich gar kein Glas mehr? Muss mal eben schon eins machen. Ups. Gut, jetzt sind die Relays wieder an. Was hat mir das jetzt gebracht? Ach, voll nochmal zweimal Quarz. Hat mir gar nichts gebracht. Oh. Cool. Ah, okay, jetzt, 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 ah, 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 Licht in der Kapsel. Ach, Titan brauch ich viermal. Na gut. Dann... Tun wir mal eine Flasche hier rüber. Status okay. Titan. Vier Stück. So. Jetzt aber. Juhu. Hoch. Hoch, äh, Bresluftflasche hab ich jetzt. Also die stärkere. Ja? Ja. Dann müsste ich mal gucken, was ich dafür brauch. Ein wenig, einiges. Das war bei Persönliches, ne, unter Ausrüstung. Halt. Glas, Titan, Silbererz. Sehr gutes Silbererz. Da hab ich jetzt 135. Kann, also 135 Minuten kann ich damit. Okay. So. 135 ist schon ein bisschen mehr, ne? Ja. Doch, ist schon ordentlich. Schon cool gemacht, das Spiel. Also gefällt mir. So. Dann wollen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Fasergewebe. Was brauchen wir für Fasergewebe? Schlingpflanzenprobe. Da hatte ich doch jetzt gerade noch eine, ne? Wie kann ich das Ding wieder einsammeln? Weißt du das? Wie kann man essen? Hä? Ja, ne, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Doch, A. Hier mit A. Aufnehmen. Ey, du sollst schwimmen. Das Ding geht unter, oder was? Schwimmt das unter Wasser, das Ding? Weißt du? Hä? Weiß ich jetzt nicht. Ich denke, der soll oben schwimmen. Taschenlampe? Der ist auch nicht markiert. Den finde ich doch nie wieder. Ähm. Dann machen wir uns jetzt erstmal ne Taschenlampe für die Nacht. Waren das jetzt? Kupfererz. Habe ich noch Kupfer? Ja. Hm. Ach komm schon. Ich komme immer irgendwie auf die Escape-Taste. Das gibt's ja gar nicht. Passiert mir nicht. Ich hab nen Kontrolldach. Neue Batterie? Wo hast du Silber jetzt gefunden? Weißt du das? Ey, das kann ich dir ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Und Glas brauche ich mal. Dazu brauche ich zweimal Quarz. Ach, ich habe nochmal Glas hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da mehrere brauche. So. Jetzt hab ich mir erstmal ne Taschenlampe für die Nacht gemacht. Oh, ich glaube das Schiff geht hoch. Was hast du? Der Reaktor geht gleich hoch. Oh, dann solltest du unter Wasser bleiben. Oder in die Base gehen. Eins von beiden. So. Was gibt's denn hier jetzt noch? Der Scanner braucht ne Batterie und Titan. Oh Mann. Säurepilz und Kupfer. Naja, das haben wir jetzt erstmal nicht mehr. Der guckt jetzt draußen woanders. Ja. Das hört sich an die Strahlenwerte. Ja, das sind's auch. Guck mal hier rein. Jetzt hab ich schon wieder so nen Scheiß eingesammelt. Ich hab noch irgendwo Wasser. Hm. Hoppala. Ja, ein bisschen Wasser hab ich noch. Also, dann gehen wir jetzt erstmal runter. Wo waren diese doofe Höhle? Da wo ich noch gesagt hab, ah genau drunter. Hm. Hier, oder? Nö. Ah, warte mal. Gleich nen Quarz mit aufnehmen hier. Hier glaub ich, ne? Film mal nochmal auf. Also, manche Sachen findest ja wie Sand am Meer hier. Wie das Quarz zum Beispiel, ne? Ja. Also, ich hab keine Ahnung wo ich hier Silber oder Eisen finde. Guck mal an. 30 Sekunden. Wo? Das hab ich jetzt nicht gesehen. Aber, kann man gleich mal entnehmen. Ist das ein Schwefelfisch oder was? Hä? Ist das ein Schwefelfisch? Ja. Blasenfisch. Warte, still. Will ich mitnehmen? Halt still. Halt still. Ich hab Fischis einsammeln. Ups. Die Glubscher bringen mehr. Woah. Scheiße. Jetzt bin ich aber da voll neig geschwommen. Ich möchte dich klein... Ach, du bist was größeres. Na gut. Dann müssen wir dich einsammeln. Ey. Ich glaub, wenn die Fische zu groß sind, dann kannst du gar nicht einsammeln. Jetzt. Auftauchen. Ich muss einmal auftauchen. Und abtauchen. Gibt's eigentlich auch Mittel, dass man die Fische irgendwie anlockt oder so? Ja. Was ist das denn? So ist bestimmt das Gras, ne? Windegras. Was? Warte mal still. Warte mal still. Die kleinen Viecher, die sind echt Wahnsinn, ne? Hallo? Du musst jetzt erstmal auftauchen. Übrigens, weißt du, wie du Silve jetzt kriegst? Du musst diese Dinger suchen, schau. Die hier. Aha. In den Korallen? Ja, die sind auch in Höhlen und so. Oh, ich muss auftauchen. Ich wollte gerade sagen, in den Korallen sind ja auch manchmal solche Dinge drin. So. Weil da kriegst du dann auch Gold und so Zeug. Aha. Gut, in der Koralle ist nichts. Wo ist denn meine Kapsel? Da. Von den Dingern kann ich gleich nochmal was mitnehmen. Ich glaube, langsam habe ich so den Dreh raus. Ich mache jetzt auch mal so einen Scanner. Ja? Bringt da einem was? Gold habe ich gerade gefunden. Hä? Gold habe ich gerade gefunden. Oh, ach du Scheiße, jetzt zieh mir das auch schon raus. So, jetzt nochmal gucken. Äh. Auflaufen, auflaufen, auflaufen. Oh. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ein Scanner, da wollte ich eine Batterie erstmal noch machen, ne? Kopf verdraht. Wo war denn jetzt die Höhle? Ich bin ja aufgetaucht und finde die Höhle ja nicht mehr toll. Ach da. So. Dann habe ich mir jetzt erstmal so einen Scanner gemacht. Das hier habe ich gescannt. Cool. Das ist gut. So. Dann machen wir das mal. Ich glaube, ich habe Silver Ads gefunden. Ja? Das ist schön. So. Glaub mir, das wird dir helfen. Ich glaube es allerdings auch. So, jetzt machen wir erstmal nochmal schnell Essen. Nee. Gibt's nicht. Warum? Du hast doch schon was gegessen. Ach. Muss ich diese, ähm, ja, mache ich als nächstes. Äh, diese Rettungskapseln, wenn ich da drin war und da nichts mehr weiter war, muss ich das Signal selbst wieder irgendwie entfernen oder geht das von alleine? Oh, ich habe eine Nachricht auf den Dings gehabt. Ja, das hatte ich auch schon. So. Setzen wir den erstmal rüber. Da hätte ich noch eine Batterie gehabt, ich äumel. Das gibt's ja gar nicht. Tja. Kann hervorkommen, wa? So, jetzt, jetzt wollen wir nochmal ganz kurz gucken. Fasergewebe. Glas, rüber. Benzol und Fasergewebe. Tanbar. Fasergewebe, Schlingpflanzenprobe mal zwei. Also brauche ich da nochmal eine von, na gut. Ach. Ehe, Moment. Blöden Escape, das gibt's ja gar nicht. So. Glas. Was brauchte ich jetzt da noch? Titan. Ich weiß schon, wo ich das hinsetze. Mal speichern. Speichern ist ne gute Sache. Ja? Mach ich sofort. Kann ich den jetzt hier hinsetzen? Ah, cool. Und der schwimmt jetzt hier rum. Titan habe ich bloß zweimal. Oh, okay. Ich hab... Ich pack's kein Titan, was ich da hatte. Mal sehen, wie ich's machen. Späuchern. So. Ach, guck mal. Und schon find ich das Ding nicht mehr. Ich hab mich doch bloß einmal umgedreht. Was? Willst du grad den großen, dicken Läucher ledigen, oder was? Nein. Ähm... Hä? Boah, der greift mich doch jetzt nicht etwa an, oder? Was ist das? Ich will nicht. Signal, ach so. Weg. Ist es die beste? Hochkapazitivstandard. So. Nein. Mensch. Hallo? So. Also... Fasergewebe. Kann man den, äh, Vorratsplatz eigentlich auch erweitern? So. Wat? Ach, das brauch ich zweimal, das Fasergewebe. Ach, komm schon. Dann pack ich das mal rüber. Ach. Ich hatte mich gedreht, wollte in die Richtung gehen. Hab das Ding gesehen und hab's da hingesetzt. Wo ist es nu? Da. Du bist aber auch leicht zu übersehen. Ich muss dich irgendwo anders hinsetzen, da krieg ich ja. Mhm. Mhm. So, du kommst jetzt hier hin. So. Genau. Da seh ich dich wenigstens. Mal gucken, warum wir denn als nächstes? Wo waren jetzt die Pflanzen da? Im Computership. Heiliger Na, dann trinke ich halt jetzt erst was. Einen Tischko reinprobe und... Da muss ich jetzt wieder von diesen... Jetzt kriegt man dann Silikon-Gummi hier. Pack mal gleich wieder was ein, so. Nein! Nicht angreifen! Bitte, 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 bitte! Bitte, 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 bitte! Schwimm, schwimm, schwimm! Bist du schon drüber geschwommen zum anderen? Jajaja. Ja? So. Gibt's da was zu holen? Ähm... Ja, also bei mir war was drin. Ich dreh durch. So. So. Also, wir haben jetzt... Fasern, jetzt brauchen wir nochmal das Blei. Haben wir Blei schon? Blei eins. Juhu. So. Du musst aufpassen, dass du dabei nicht drauf gehst, wenn du darüber springst, oder? Jetzt habe ich mir einen Strahlenschutzanzug gemacht. Schön, dass du die ganzen Ressourcen schon hast. Juhu. Habe ich das jetzt automatisch ausgewählt? Super. Super. Toll. Okay. So, dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Ein Medikit brauchen wir nicht. Feuerlöscher brauchen wir nicht. Ein Kabelsatz und Fasergewebe. Kreislauf-Tauchgerät. Gut. Wartet nicht alle siebt. Okay. Brauchen wir nochmal Fasergewebe? Wie viel brauchen wir davon? Ach so, Kabelsatz brauchen wir bestimmt. Kurz auftauchen. Kabelsatz brauche ich Silberärzt zweimal. Guck mal. Guck mal. Das Zeug mal hier rüber. Okay. Also einmal habe ich. Dann brauche ich jetzt nur noch eins. Ah. Silberärzt. Sieht aber echt cool aus irgendwie, ne? So, schon mal die Schwebe eingesammelt hier? Was habe ich für ein Ding? Die Schwebe eingesammelt? Nee. Wie viel Wasser habe ich denn eigentlich noch da? Wann ist das Signal jetzt? Äh, hallo? Signal da. Eine. Packen wir mal ein. Zweimal essen, einmal Wasser. Ach, Metallschratt habe ich auch schon wieder... Ach komm schon. Immer dieses blöde Escape. Ich soll es mir echt angewöhnen. Boah. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Titan könnte ich nochmal machen. Thermometer-Computer-Chip. Ist hier dieser olle Stinkmeutelfisch. Wie kann man den Computer-Chip machen? Das war hier, ne? Computer-Chip. Tisch, Korallenprobe, Gold und Kupferdraht. Mhm. Okay. Da schwimmt man aber ganz schön lange dahin, ne? Wohin? Na dann. Joa, doch. Ist immer noch nachts. Äh, können wir mal nach dieser Koralle ausschauen? Ist das die hier? Uah. Bei mir ruckelt das manchmal voll heftig, wenn er die Welt nachbläht. Hey, kann man das nicht scannen? Wie macht man das scannen? Rechne mal, äh, hier. Bei mir ist es der hier. Okay. Womit du auch angreifst und so. Achso. Ich will die eins. Ach, hey. Jetzt sind auch noch drei dicke hier. Kann man da auch was kraften, wenn man da ist? Ähm, wo? Na, auf dem anderen Schiff? Nein. Bei der anderen Rettungskapsel? Ich weiß nie, für was man es gebrauchen kann. Ähm, was heißt craften? Äh, du kannst schauen, ob was drin ist. Zumindest war es bei mir so. Weil ich brauche, ich müsste mir nämlich Wasser herstellen, wenn ich da ankomme. Achso, nee, da kannst du nichts machen, weil die kaputt ist, die ist unter Wasser. Achso? Ja. Toll. Sag mal mir jetzt. Ach, hey. Naja, ich werde es überleben. Da hat das Salz verkommen sich gerade. Da wollte ich eigentlich jetzt nicht hinschwimmen, ne? Ah, ja, hier ist ja komplettes Leck drinne quasi. Ja, ja. Datenbox. Wow. Ultrahochkapazität-Pressluftflasche-Datenchip gefunden. Ja? Hm? Medikit drinne noch? Nö. Kann man nichts machen. Hallo? Was ist das denn? Zurücklassener PDA? Gut. Kurz auftauchen. Dann schwimmen wir wieder zurück, wa? Ach, hier ging es ja nicht weiter. Das war ja... Da war ja was vorhin, ne? Oh Gott, da ist der Alte schon wieder. Wow. Greif mich doch nicht an. Ich will doch nichts von dir. Lass mich in Ruhe. Ach, hey, das hier ist so ein dicker Schnorchel. Schau. Bisschen Quarz. So. Jetzt muss man mal gucken hier. Was? Oh, jetzt müssen wir mal schauen. Kabelsatz, genau. Oh. Ich hasse es, wenn die von Fischen angegriffen werden. Oh, an den Schlingpflanzen schwimmst auch super langsam, ne? Ja. Äh... So. Kreislauf-Tauchgerät. Cool. So. Als nächstes machen wir uns einen Thermometer. Computerchip. Da, 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 da. Was brauchen wir für einen Computerchip? Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Was stimmt? Ja, den habe ich. Gold-Kupferdraht. Kupferdraht kann man machen. Dann brauchen wir nur noch Gold. Und Gold haben wir, soweit ich weiß... In der Hosentasche. Genau. Ah, schon wieder. Furchtbar. So. Und mit 135 kannst du schon schön weit, äh, unter Wasser schwimmen, ne? Ja. So. Da mache ich mal jetzt noch das Thermometer. Mann, du bist schon so weit. So. Du hast jetzt voll drauf. Naja. Jetzt wähle ich erstmal die andere Maske auf. So. Jetzt habe ich ein, äh, Tauchgerät. Ähm, das spart Sauerstoff beim Tieftauchen, absorbiert CO2 und erzeugt daraus Atemluft. Was? Mhm. Und ne Tempera, äh, so ein Thermometer. Boah, Mann. Ich will auch. Jetzt wird das auch noch Nacht. Oh. So. Jetzt mal mal gucken. Die Tischkoralle setze ich mal noch mit hier rein. Das Silbererz auch. Ja, sind wir doch glatt an der Stirn. Oh Gott. Jetzt kann ich mal was essen. Oh. Scheiße. Jetzt sollte ich mal auf Trinkensuche gehen. Was jetzt? Ach, ich muss auf Trinkensuche gehen. Ich dehydriere, ich dehydriere. Äh, dehydriere. Wie, was? Ne, was? Dehydrieren, ne? Dehydrieren. So. Deutsche Sprache. Ja. Was habe ich denn jetzt? Ja. Ja. Bring's noch raus. Deutsche Sprache, schwere Sprache, so. Jetzt haben wir's. Hab ich den Fisch schon gescannt? Da. Kann ich den einsammeln? Ja, ich hab ihn. Ich hab einen Schwebelfisch. Jetzt aber schnell zur Kapsel, die ich brauch. Hey. Was machst du mir einfach nicht nochmal? Ich brauch aber zu klemmigen. Wo bist du jetzt hin? Wo ist der doofen Fisch jetzt hin? Der hat Feierabend gemacht. Der Fisch. Kein Bock mehr. Ähm. Da. Da ist er. Nein. So. Hast du schon ein Desinfektionsmittel gefunden? Nee. Weil ich muss mal kurz zur Basis, weil ich glaub, ich hab schon wieder irgendwas. Da plinkiert's schon wieder. So. Dat, 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 dat. Ah, okay. Okay. Halt. Nein. Unbedingt ein paar so Fische nochmal sammeln gehen. So. So. Dann wollen wir mal. Hochkapazitätswasser. Tja. Hahaha. Ach, warte mal. Open. Hast du schon eine Schwerkraftsphäre? Was hab ich? Eine Schwerkraftsphäre? Nee. Mach als nächstes. Könnt ihr einmal gucken, was ich da brauch? Ja, ich möchte hier rein. Hallo? Da könnte ich doch mal gleich gucken, was ich dafür brauch. Wo war's denn? Hier. Batterie, Kupferdraht und Titan. Och, hab ich mich gerade erschrocken. Ja, frag mich mal. Jetzt hab ich schon so oft eine Batterie gemacht. Säurepilz und Kupferherz. Ach Mist, hab ich bloß einen. Na ja, gut. Dann gehen wir jetzt gleich mal. Oh, der hat viel gebracht, der gepökelte Fisch. Hab ich gar keinen Kupfer mehr? Okay. Na gut. Dann hol ich jetzt mal einen Kupfer und noch so einen Pilz. Gold? Glas? Quarz? So, wo ist dieses Ding? Da. Ah, guck mal. Kannst nachher noch Basiselemente bauen hier mit Rohr und sowas. Ja. Geil. Wow. Das ist wie so ein Unterwasser-geysir oder wie man sowas nennt. Man nennt's auch Blubber. Oh, guck mal. Hier sind wieder so Fische. Hä? Ich will mich doch manchmal echt verarschen. Ich hasse diese Fische. So. Da ist noch so einer. Gibt's doch nicht! Jetzt. Ich muss jetzt nicht ernst das da durch. Ich bin nicht da. Beachte mich einfach gar nicht. Hier war ich doch schon. Krass. Was hier, Alter. So, guck mal. Hier kannst du die Fische dir angucken, wie die aussehen. Und dazu noch gleichzeitig... Wow, fuck. Schnell auftauchen. ...die Geschichte dazu. Schwebefisch. Klubscher. Kaninchen. Guck mal, hier liegt noch was. Das hab ich letztens gar nicht gesehen. See-Kleiter-Fragment. Kann man das denn... Nee. Blaue Palme, aha. Ah, cool. Technologien. Subi. Jetzt muss ich... Schau mal, was ich brauch. Jetzt muss ich mal schauen, was ich brauch. Schnell da durch. Oh, ich mach mal ein Kupferlrad bitte sehr her. Oh, ich mach mal ein Kupferlrad bitte sehr her. Schwimmflossen. Das ist ja die Kuhngummi. Wo hast du die Kuhngummi gefunden? Aha. Ich sollte nochmal auftauchen. Die Geräusche immer von diesen Tieren, ne? So. Abfalleimer. Cool. Oh Gott, jetzt muss ich da wieder durch. was ist das hier? Gold aufgenommen. Xen schon wieder. Wow, da ist noch einer. Einfach durch, einfach durch. Hä, aber da war ich doch jetzt schon 10.000 Mal. Wow. Was soll denn hier noch sein? Alter. Hoppala. Ich weiß es nicht. So. Machen wir das mal rein? Wo sind die hier? Am Arsch der Welt. So ist das meistens. Aha. Was liegt denn da? Das war ja der Müll, aber ne? Ja. Oh. Ist das ein lautes Geräusch jetzt bei mir? Ich habe einen Drehstuhl analysiert. Ja. Ja. Oh. Trau ich mir jetzt mal eben nicht rein zu schwimmen. Explosiert hier immer noch irgendwas? Ist ja Wahnsinn. Was ist das denn? Seegleiterfragment. Ja, das habe ich auch schon. Was ist das denn hier andauernd laut Expression? Ist ja auch normal. so. Es ruckelt hier ein bisschen. So. Als erstes machen wir jetzt erstmal wieder Wasser. Was brauche ich denn da für Desinfektionsmittel? Okay. So. Und jetzt will ich noch mal ganz kurz gucken. Also Batteriekupferdraht. Kupfererz. Dann haben wir das schon mal. Boomerangfisch. Ach ne, da hätten wir zwei Gold. Können die mal wegpacken. Hier habe ich noch was zu essen. Komm schon. Toll. War auch glücklicher leer. Hä? So, jetzt nehmen wir noch ein so ein Ding mit. So. Ich habe einen Garyfisch aufgenommen. Auftauchen, auftauchen, auftauchen. Hm? So. Ich glaube das ist echt einfacher mit der Tastatur und Maus den Fisch zu füllen, oder? Kräft es mich an? Keine Ahnung. Ich hasse diese Nacht. Hast du es auch manchmal, dass du so ein Kalkgestell aufbrichst und das einfach wegfällt? Ähm, nee. Eigentlich nicht. Was ist denn hier alles? Inventar, Baupläne. Abfalleimer. Cool. Hey, da ist noch eine Eins. Bei was denn? Da. Ja. Ach so, weil ich das gemacht habe. Ich sammle mir jetzt erstmal genügend Nahrung ein, dass ich ein bisschen was habe, weiße. Hm. Ah, schon wieder. Das gibt es ja gar nicht. Ist das schon wieder hell? Nein. Ich hasse das in der Nacht. Ich habe jetzt explodierenden Fische hier im Ende. Ich wüsste mal nicht, was hier da drin ist. Ach Gold. Was ist das denn hier? Silbererd. Ich will hier hoch. Oh, 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 oh. Kann man den gar nicht fangen? Einige Fische kannst du gar nicht fangen, oder? Doch, ich habe jetzt irgendwas gefangen. Ach. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie ist das? Wo? ab. Gary Fisch, Gary Fisch. Wo denn, wo denn? Den haben wir. Ein Lochfisch, okay. Was ist das denn? Die Tarn, toll. Ach, das ist noch einer von diesen Fischen. Woah. Schwimm, 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 schwimm. Alter. Einfach schwirken. Da war ich vorhin, genau. So. Machen wir noch was? So. Ja. Das nehmen wir noch schnell mit. Das nehmen wir noch. Hä? Rind in the base. Und, was hast du da alles schon gebaut? Noch gar nichts. Ach, noch gar nichts? Nö. Oh oh. Da verrät's mir nicht, wo man die Sachen findet. Doch. Hab ich dir doch gesagt. Ja. Ja. So. Äh. Quatsch. So. Eine Nahrung können wir noch machen, hab ich gesehen. Äh. Eine, eine Wasserflasche. Aus den Fisch hier, den Blasenfisch machen wir immer bloß Wasser. Ja, da mach ich auch bloß Wasser. Und alle anderen benutze ich für Nahrung. So. Also Schwerkraftsphäre. Wir haben Titan. Wir brauchen Kupferdraht und wir brauchen eine Batterie. Da mach ich erstmal das. Und das. So. Schwerkraftsphäre. Oder eine Signalwurie. Ne, ich mach die Schwerkraftsphäre. Da ist sie. Lochfisch. So, jetzt gucken wir erstmal. Ähm. Wir könnten eigentlich jetzt erstmal was trinken. Das hat auch voll viel gebracht. So. Macht von künstlicher Schwerkraft gebraucht, um leichte Objekte anzuziehen. Okay. So wie. So. Gut. Was bauen wir als nächstes? Was hatten wir? Sehkleider. Okay. Werkzeuge. Taschenlampe. Computerchip und eine Batterie. Man kann sich auch Taschenlampen bauen? Äh, ja. Das ist bei persönlich und Werkzeuge. Das dritte. Säurepilz brauche ich. Guck, wer jetzt habe ich. Säurepilze habe ich auch noch. Batterie brauche ich wieder. Säurepilze. Okay. Okay. Nehmen wir gleich mal viel mit. So. So. Nehmen wir erstmal die Batterie. So. Und dann. Also ich wollte Säurepilze mitnehmen, habe ich gesagt. den Computerchip. Tisch. Korallenprobe zweimal. Gold und Kupferdraht. Gut. Gold haben wir schon mal. Die packen wir mal beiseite. Ach, einen Kabelsatz kann man sich auch bauen? Ach, da hätte ich auch noch eine Batterie gehabt. Bin ich doof. Cool. Scheiße. Ah. Gut. Mal ganz kurz gucken. Die Tischkoralle. Okay. Da haben wir doch gleich eine. So. Und Kupfer brauchen wir wieder. Und Kupfer brauchen wir wieder. Jetzt wollen wir mal gucken. Waren das jetzt wieder? Wo sind jetzt meine Taschenlampe da? Ne, jetzt habe ich eingelagert. Ich will jetzt mal langsam mit einer Basis anfangen. Okay. So weit bin ich noch lange nicht, glaube ich. Wie war das? Wie war das? Eins hatte ich doch vorher noch übersehen. Das war hier außen. Kupfer? Supi. Ja. Wie war das? Oh, oh, oh. Scheiße. Ich bin in der Sackgasse geschwommen. Und da weit aufgegangen. Natürlich doof. Ne? Was hab ich denn alles verloren? Ich hoffe nicht allzu viel, ne? Ja, egal. Ach, das Essen kann auch verderben, sehe ich gerade. Ja. Scheiße, ich ärgere mich gerade. Kann man nix machen, ne? Wie machen das, die Fische haltbar bleiben? War ich das Kupfererz wenigstens noch? Nee. Es war auch Blut jetzt. Na egal. So. Da war ich schon gewesen. 16. Okay. Ah, ist der Tag, okay. Ist der so oben eigentlich die Tiefe an? Ja, der zeigt die Tiefe an, wie tief man schwimmt, ne? Hä? Der zeigt die Tiefe an, wie tief man schwimmt, quasi, ne? Ja. Ach man, ich will doch keinen Titan. Was ist das? Doch, schwimm hin und sammel alles auf. Äh, meinst du jetzt da, wo ich gestorben bin? Hast du mir jetzt eigentlich auch gesagt, wo man seine Silikonausrüstung herkriegt? Das muss alles ercraftet werden. Das muss alles ercraftet werden. Gott. Jetzt muss ich überlegen. Boah! Weg, 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 weg! Wo war denn das? Scheiße, wo ist denn die Basis? Da, ne? Dann bin ich irgendwo, ich weiß es nicht, hier rüber? Kann das sein? Oder bin ich hier lang? Erstmal hoch. Ich hab mich, glaub ich, mal hier unten bei den... Ne, wir tauchen nochmal auf und holen Luft und dann gehen wir mal bei den Schwingenpflanzen unten ein bisschen umher schauen. Ja. Äh, dann... Oh. Erstmal hier lang. Ich glaub, ich bin irgendwo hier lang. Hier lang. Genau. Und dann bin ich hier rüber. Und dann bin ich hier runter, glaub ich. Ja, Mann! Jetzt hab ich ihn da. Jetzt hab ich ihn da. Irgendwo war hier Salzvorkommen, hab ich doch gesehen. Da. Jetzt sollte ich mich um Essen kümmern. Ich glaub, mit Salzvorkommen ist das Essen haltbarer, ne? Kann das sein? Ja. Ich hab hier grad sauviel Salzvorkommen gefunden. Ja? Hm? Unten bei den Schwingenpflanzen drin, hm? Nein! Nein! Was ist das denn? Warum stimmt der jetzt weg? Oh, ich hab mich erschrocken. Hilfe! Hallo? Hallo? Alter, guck mal, was ich am Arm hab. Warte. Oh, jetzt war's. Na hoch. So. Okay. Ich weiß, dass die Wasser ganz schön unheimlich liegen. Den hab ich grad am Arm gehabt. Ja? Blut der, hm? Greift der mich nochmal an? Er ist jetzt tot. Ich glaub, der ist der Hut. Ja, weil ich ihn geschlagen hab. Der hat sich an meinen Arm festgesaugt gehabt. Ich hab ihn voll Schreck gekriegt. Sammeln halt ein. Nee, kann ich nicht. Ach so, du hast noch kein Messer, ne? Nee. Mit einem Messer könntest du das bestellen. Was brauch ich für ein Messer? Äh... Silikongummi und Titan. Boah, ist das auch wieder am Bluter? Hier unten ein Schlingflanz, musst du echt vorsichtig sein. Er kommt auf mich zu, genau. Alter. Vor allem, die ziehen einen voll Energie ab, die Scheiß-Sieche. Okay. Äh... So. Und davon sind hier nicht wenig, je. Das ist... Ich tauch mal kurz auf. Oh, einen Lochfisch können wir noch machen. Weil wenn die Nahrung pökelt mit Salz... Ja. ... ist es haltbarer. Das heißt, du kannst es länger aufbewahren, denk ich mal. So. Jetzt gucken wir mal. Ähm... Computerchip-Wordert. Weiß ich auf jeden Fall schon wieder Salz vorkommen? Was? Salz vorkommen. Ja, das weiß ich immer auch nicht. Das muss ich auch mal suchen. Na, das ist hier unten. Ein Schlingflanz muss ganz... Da liegt ganz viel rum. Ja? Kupfererz. Konstruktionswerkzeug. Er stellt Basismodule und traurigt aus Umartikeln. Oha, hier sind wir jetzt Blute. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! So. Ist das ein Geräusch? Cool. Sie sagen, das ist ein Papageur. Oha, nee, nicht schon wieder. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Baubläne. Fundament. Titan. Joa, keine Ahnung. Ein Fundament, macht man das an der Oberfläche oder macht man das auch unten? Ich weiß es doch nicht. Fundament sagt man eigentlich immer am Bogen, ne? Ja. So viel zur Theorie. Kann man das jetzt machen? Ah. So. Fundament. Ach Gott. Ja gut. Wo waren denn die Basis, hä? Da. Muss ich vielleicht jetzt erstmal raus? Der Fisch hat schon wieder gerülpst. So. Dann suchen wir uns mal. Wo ist dieses doofe Schiff? Halt mal still, Gary Fisch. Ah, nicht gekriegt. Da. Also gehen wir in die Richtung. Hm. Da ist ein bisschen eben. Das ist ein Gary Fisch. Aber da ist nicht so doofer Fisch immer. Dann... Weiß ich nicht. Das ist alles nicht gerade eben. Mach mal hier. Oh, Sauerstoff. So. Sauerstoff. Oh. Genau. Die schwebt in der Luft, Janni, ist klar. Wo ist die Basis? Was? Die Basis, die in der Luft schwebt. Oh. So. 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 Okay. Woos. So, hm. Wie unlogisch ist das denn? Kann doch nicht in der Luft schweben. Hä? Oder muss die in der Luft schweben? Was denn? Muss das so sein? Ja, siehst du auch, wo es grün ist, kannst du es platzieren, oder nicht? Ja, aber das ist doch in der Luft dann. Kannst du nicht Tiefe setzen? Nein. Ich wüsste nicht wie. Ich wüsste doch einfach mal einen Schau selbst. Na gut. Ah, okay. Ich sag schon nichts. Oh. Ich hab keinen Titan mehr, ne? Mhm. Mhm. So. Jetzt wär der Schrott ganz gut. Erstmal hoch. Ich könnte dich ja nochmal fragen, wo man Silikon herkriegt. Das musst du alles erkraften. Du musst in dein... Silikon? Ja. Das kriegst du aus diesen komischen Pflanzen. Da brauchst du ein Messer dazu, glaub ich. Ach so? Ne, das kann man jetzt wieder nicht einsammeln. Das war ja sowas von klar. Wollen wir Licht anmachen? Werkzeuge. Messer. Fürs Messer brauch ich Silikon, Gummi und Titan. Und für die Schwimmflossen brauch ich zweimal. Hm? Ich weiß ja nicht, was für Pflanzen, aber... Moment, hab ich hier auch noch was drin? Ich weiß nicht, wie wir hier pflanzen. Nein, braucht ja nicht. Einfach hin und abfarmen. Okay. Hast gehört? Was denn? Du sollst da einfach zu diesen Schlingenpflanzen hin und es abfarmen. Okay. Kein Problem. Ihm, er, er ist alles Wurst. Huch. Oh. Blasenfische. Ach, die kommen ja jetzt. Ups. Ich glaub, ich hab sogar noch... Hallo. Danke. Ich hab sogar noch hier noch ein bisschen Titanen, genau. Gut. Ah, da sind Schlingpflanzen. So. Ist es jetzt wieder hell? Immer noch nicht. Na gut. Und wo hab ich das Ding jetzt hingebaut? Ja. Sind das diese grünen Dinge, die da unten dranhängen? Äh, ja. Genau. Da muss aber richtig nah hingehen. Aha. Das ist ein Kerryfisch. Baut das jetzt automatisch da dran? Ja. Toll. Bin ich hingeschwommen? Inventar voll. Ja? Mhm. So, dann machen wir noch eine hier hin. Ist das jetzt direkt da dran? Hä? Inventar voll. Aber Kerryfisch kann ich aufnehmen, oder was? Äh. Ja. So. Was gibt's denn da jetzt alles? Ach so, ich kann mir also ein Aquarium... Joa. Aha. Ich mache unter Wasser ein Aquarium, meine Base. Klar. Da kannst du quasi auch Schmiermittel draus machen. Ja? Aus dem Zeug. Hm? Kann ich das irgendwie drehen? Nein? Ich würde das gerne drehen. Ey, jetzt habe ich aber Schmiermittel daraus gekriegt, ey. Du sollst ja kein Schmiermittel draus machen. Nein, hab ich... Mausrad. Ah, danke, danke, danke. Cool. Schlingen, Pflanzen, Samen, Büschel. Danke, Patrick. Da krieg ich Öl raus. Ja. Da krieg ich Öl raus. Aus den Schlingenpflanzen. Ja. Ja, sollst aber nicht daraus machen. Du brauchst ja gar nicht, äh, umwandeln. Du brauchst ja. Nein, ich bin da hingefahren und habe es abgefarmt. Und das war Öl. Oder, ne, das waren die Samen und daraus kann ich nur Öl herstellen, oder was? Gott. Ich quassel und quassel und quassel und habe nur noch 10%, naja, egal. So, wie macht man das jetzt am schlauesten dümmsten? Immer irgendwie. Kannst du jetzt mal da runterschwimmen? Gibt's ja gar nicht. Oh, toll. Jetzt bin ich hier hingeschwommen und habe man eventuell nicht hier gemacht. Ich bin auch ein Dussel. So. Und dann machen wir... Und... Das sieht natürlich auch cool aus, ne? Aber man kann ja Scheiben auch noch einsetzen. Das ist ja nicht das Problem, ne? Achso, ich habe kein Titan mehr, na gut. Kann man da jetzt schon rein? Wie sieht das aus? Ich hätte vielleicht eine Luke bauen sollen, ne? Oder? Nachteil bei dieser gepökelten Nahrung, glaube ich, ne? Ja. Du... Luke. Glas und Titan. Okay. Isst das und kriegst automatisch Stoß davon. Ja. Also nur ein bestimmter Fisch. Richtig? Ja. Oder zumindest, ich glaube, wenn es gesalzen ist. Aber es ist ja auch irgendwo logisch. So. Schauen wir mal. Ähm... Was wollte ich denn jetzt gucken? Das ist ja so ein Pürscher. Ach, hey. Glas. Hier haben wir noch einmal Glas. Was? Ach, Quatsch. Ah. So. Äh... Titan, Metallschrott, ne? Ich wollte eigentlich Glas gucken, gell? Quarz, 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 Quarz. Quarz haben wir bestimmt noch. Ne, hier. Nur noch einen. Uh. Okay. Hallo? Du sollst hier... Sagt er bei dir auch immer, dass du infiziert bist? Nein. Weil du dich selbst kannst? Nein. Ich habe mich noch nie selbst gesehen. Der Blei kann doch erstmal hier rein. Und das Gold. Und er hier. Ach so. Jetzt musst du die Kongummi aus den Schlingpflanzen herstellen. Ah. So. Ähm. Wir haben doch noch... Da ist sie. Pass mal hier rein. Titan. Haben wir noch Titan dabei? Ach guck mal. Hier ist doch gleich... Das Salz nehme ich auch gleich noch mit. Hier liegt noch Schrat. Oder? Ja. Ähm. Hier ist nix. Was liegt denn hier? Kann man das scannen? Na also. Wie ich euch heuen können. Ach. Ich will schon wieder alles und jeden scannen hier. Ähm. Hab ich hier alles schon abgefarmt? Oder war das los? Ich muss überlegen, wo hat man denn jetzt Titan herbekommen? Boah. Fisch. 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 Bleib hier. Ich will dich... Hm. Ich weiß nicht. Mit Fischen habe ich es nicht. Ey. Da bra... Also. Verarschen. Ach so Quatsch. Titan musste man ja herstellen. So war das genau. Oh, dich kann ich auch gleich nochmal mitnehmen. So. Ach hier. Quatsch. Ich hab dich. Aber ich hab dich. Vielen Dank.